Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play von Dengshu Stealth Assassins. Und genau, nachdem ich endlich einen Parkplatz hier bei uns vorm Haus gefunden habe und, ja, mir alles gemütlich gemacht habe, kann ich jetzt endlich loslegen zu spielen. Ähm, ja, wir waren ja beim letzten Mal, äh, sollten wir, beziehungsweise jetzt, sollen wir den Manji-Kult infiltrieren. Ähm, und genau, beim letzten Mal haben wir ja den korrupten Finanzminister gekillt. Und genau, jo, äh, Manji-Kult Zombie-Level und so, ne? Genau, jo, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Infiltrieren in Manji-Kult, äh, ja, pass auf die Zombies auf und immer wachsam sein. Und wir sollen die Statue von oben betrachten. Genau, das war ja das Level, äh, was wir beim letzten Mal nicht so gut gemacht haben, weil halt... Ah, das ist direkt ein Gegner. Weil wir halt direkt an der Statue hochgegangen sind, anstatt alle Gegner zu killen. Mit dem Wissen jetzt... Ah, der dreht sich nochmal rum. Okay, so, jetzt kann ich... So, zack, genau. Mit dem Wissen jetzt werde ich natürlich da zuletzt hingehen, ist klar, ne? Man kann ja da hoch, ne, glaube ich. Ne, kann man nicht. Das wäre aber für ein Vorteil, wenn ich da hoch könnte. Augenblick mal. Ich will nämlich nicht wieder entdeckt werden direkt am Anfang. Oh, ja genau, ich hoffe heute keine Fehlfolge. Da, in die Richtung, da. Moment. Ja, wie gesagt. Ich habe mich durch den täglichen Stau hier von Köln gekämpft. Und bin jetzt endlich zu Hause angekommen und kann jetzt... Nein! Hoffentlich mit Tengshu ein bisschen entspannen. Nein, 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 nein. Oh. Die Frage ist, wo ist der Typ? Ah, hier drin, oder was? Ist der hier drin? Ah, er müssen, sollte, ne? Da ist doch schon die Statue, oder was? Ich glaube, ja. Aber... Da ist schon die Statue, oder was? Ne, okay. Dein ist ein Typ, okay. Aber ist der das? Das ist der? Ja, okay. Okay, dann geh hin. Nein. So. Warte, bis der sich weiter rumdreht. Der steht nämlich nur da rum. Genau. So. Da war aber noch einer. Und der Typ hat mich natürlich irgendwie entdeckt. Ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist... Da, der geht irgendwo rein, okay. Geht wieder raus. Ah! Okay, der ist dahinter. Nein, mach ich nicht. Ich zeig mich nicht. Ich find's cool, dass der hier so... Mein Gott! Alter! Boah, hab ich mich erschrocken. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Aber der Typ ist bestimmt da um die... Ah, der pennt. Alles klar. Ja, na dann. Zack. So. Aber das sind ja wieder hier die Kerle mit... Mit den komischen Papierfressen. Die sehen irgendwie aus, als hätten sie das Mars-Virus oder so. Naja, egal. So. Ah! Oh klar, wieder. Standard. So. Ah, hier ist wieder dieses komische schreiende Baby. Ja, ich weiß. Aber da halte ich mich jetzt erstmal fern von. Da ist noch ein Typ. Ah, ein Zombie. Okay. Ich verstehe. Das ist ein Zombie. So, zack. Genau. Ha! Walking Dead. Geil. Ist hier die Start... Ne, hä? Dann ist die Statue hier rechts drin. Ja, dieses... Verstörende Baby-Schreien. Ich komme mir vor wie bei... Keine Ahnung. Parasite Eve 2 oder so. Ha! Der Endboss da. Der hatte auch ein Baby-Schreien. Ja. Wo ich auch direkt zu einem Spiel komme, was ich vielleicht sogar let's playen werde. Äh, Parasite Eve 2. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Okay, zum Glück sind die blöd. Was ich vielleicht let's playen werde. Ja, Parasite Eve... Äh... Boah! Ah, was? Hier ist keiner. Okay. Aber ich habe ein Item gefunden. Das ist geil. Hier, Bomben. Der ist hier hinter, oder? Hä? Wo ist der? Da ist noch eine Tür. Okay. Ah, dieses Baby hier, ey. Ah, das soll ein Fenster sein. Okay. Hier hat doch irgendwo ein Typ. Oder ist das ein Bug? Das ist... Oder steht er hier oben? Moment mal. Steht er oben drauf? So. Nehmen wir da hoch. Oh, zack. Ah, ja. Der ist hier oben drüber. Seht ihr den da? Der pennt. Zack. So. Ist noch einer? Irgendwo. Wo ist denn hier noch einer? Hey. Noch weiter open. Dann schaue ich mal. Ne. Nicht so. Ah, da unten. Nein. Ein Bogenschütze mit seiner übertriebenen Sichtweite. Fuck. Ah, ich... Äh. Ja, genau. Geh einfach mal weg. Ja, ja. Ist okay. Geh. Ey. Ich muss den doch irgendwie... ...beobachten. Und das kann ich nicht, wenn er die ganze Zeit verschwindet. Das kann ich nicht, wenn er die ganze Zeit verschwindet. Dreh dich mal wieder rum. Ja, jetzt ist er weg. Mann. Ich möchte mich wieder entdecken lassen, oder was? Ah. Jetzt ist er wieder da. Das ist so eine Scheiße manchmal echt. Oh, die Soundruckler wieder. Ja, ich hab's verstanden. Ist noch ein Bogenschütze. Sorry, ich hab gegen das Mikro gekommen. Ach, Mensch. Ich schmeiß gleich den Giftreis, wenn der sich... Ey. Ja. Weißt du was? Dann schmeiß den Giftreis. Aber nein, der kann nach oben gucken. Also aufpassen. Schmeiß den Giftreis. Nein, nicht auf die andere... Hä? Okay. Er guckt nach oben. Ah, alles klar. Ja, gut. Dann kann ich mich so anschleichen. Geil. Das ist auch geil. Der guckt nach oben. Und zack. Da hab ich noch einer entdeckt. Das ist ja wohl die Härte. Das ist ja wohl jetzt echt die Härte. Wieder weg. So. Ich will den Giftreis wieder haben. Da hinten ist er... Dick, das lenkt die also einfach ab. Okay. Auch wenn's oben drüber ist. Oh mein Gott. Rechner. Hör jetzt auf. Muss der ja hier... Hier irgendwo sein jetzt. Ich kann nicht runter gucken. Das ist der Kack hier. Ich trau mich mal. Und... Nein! Natürlich ist das ein Abgrund! Ey, fuck! Nein! Komm! Oh! Pfeiße! Es ist doch so ein Abfuck, wirklich. Wieder diese sinnlosen Abgründe, ey. Den Screen kennen wir schon. Ja, retry. Wie gesagt, ich werde euch rausschneiden. Und werde dann wieder bis zu der Stelle weiterspielen. Würde ich sagen. Also bis gleich dann. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Und ich bin jetzt hier wieder an dieser Stelle angekommen. Und man könnte doch auch erstmal auf die Karte gucken, bevor man irgendwo runterspringt. Mensch! Das war doch klar, dass das ein Abgrund ist. Aber... Ja, das ist halt wieder scheiße. Wo ist denn dann der Gegner, wenn das ein Abgrund ist? Ist der hier irgendwo, hä? Ja, ich hab wieder... Ich wurde wieder entdeckt. Es ist... Wie gesagt, ich hab die gleichen Items genommen. Da ist der doch! Der pennt! Alles klar, ja. Na dann. Zack! Genau. So, boah. Guckt euch mal an, wie die Gegner aussehen, ey. Boah. Total abgemagert. Ja, Zombie halt, ne? Ah. Ah! Stopp! Ah, soll ich hinlaufen? Ja, ich lauf mal hin. Natürlich! Scheiße! Ich bin zu spät, ich Idiot, ey. Fuck! Was ist das? So. Alter. Boah! Was? Wer schreit hier rum? Ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt höre? Ach du Scheiße, ey. Komm! Nee, ich komm nicht raus. Vergiss es. Ich zeige dir selbst. Nein. Danke. Ich weiß, dass du was von mir willst, aber... Ich will nichts von dir, mein Freund. So, zack! Aber wer schreit hier rum? Das nervt ein bisschen irgendwie gerade. Oh! Das ist... Egal. Ich lauf direkt auf einen zu. Aber wo? Ah, hier drinnen irgendwo. Wo? Sekunde. Ah! Wo denn? Ein Zombie, ein Zombie, ein Zombie, alles klar. Nee, du siehst nichts, du bist dumm. Zombies sind dumm. Zumindest ist das in The Walking Dead so. Na, und... Zack! Fick mit dir, du hässliches Etwas. So, dann würde ich sagen... Hier war ich schon. Jo. Dann schaue ich mal weiter. Ah! Moment. Ich habe da eben meinen Key gesehen, ne? Hier geht es bestimmt rein. Ja. Oh! Hier ist eine Bombe geil. Okay. Ja. Da kann man bestimmt auch das andere Ding aufmachen, ne? Schaut mal. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein, das bin ich auch nicht so. Hier, hoch einfach. Hier. Ja, genau, das kann man auch aufmachen. Ah, dieses Baby, ey. Dann gehe ich jetzt mal in die Richtung, weil da war ich nämlich noch nicht. Das sieht man direkt, weil da ein Bogenschütze ist. So. Na dann. Schau mal da hinten hin. Nein. Er geht jetzt voll fokussiert da hin. Und dann kann ich ihn killen. Jawoll. Sehr schön. Aber er hat's... Nein, er hat's nicht gegessen. Da liegt es. Alles klar. Sehr schön. Hier ist die Statue. Da ist auch ein Gegner drin. So, und zack. Hier gehe ich aber, wie gesagt, als letztes hin. Äh, hier noch nicht. Wie gesagt, ich will noch alle Gegner hier killen. Wenn's denn irgendwie geht. Hier ist nix. Okay. Da hinten. Ich seh dich. Was macht der da jetzt? Oh, dieses scheiß Baby, ey. So. Und? Und? Schaff ich's? Ja, ich schaff's geil. Okay. Hier ist nämlich auch noch was. Seht ihr das? Was haben wir denn hier noch? Oh, scheiße. Oh mein Gott, hier muss ich sogar aufpassen, glaube ich, hä? Das sind bestimmt Falllucen, ne? Soll ich das mal machen? Ne, ich mach keine Quicksafes mehr, nein. So, es ist... Ne. Ne, das... Ne, ne, ne. Ne, ne, geh hier raus. Wenn ich das jetzt mache und das ist eine Fallluke, dann ist scheiße. Ich kenn das Spiel mittlerweile. So, hier drin irgendwo. Ah, das ist ja der Taubgebäude hier, ne? Oder? Ja, ja. Da steht ja die Statue drin, aber ich glaube, jetzt hab ich soweit alles. Moment. Ja, geht's noch geradeaus? Bäh. Sound ruckler wieder. So. Dann schau ich hier nochmal kurz rein. So. Das sieht alles so aus wie so Falllucen, ne? Da. Da. Alles klar. So, schnell. Und natürlich... Oh, Gott sei Dank. Ja, Mann. Oh, Seiten killen wir wieder. Aber sonst dürfte hier keiner mehr sein, ne? Äh, gut. Dann würde ich sagen, haben wir die. Dann gehen wir mal zum Endgegner jetzt. Der war ja hier drin. Der war ja hier drin. Hier vorne. Genau hier in dem Ding da. Genau. Dann würde ich sagen... Ah, hier hinter war doch einer, ne? Stimmt. Dahinter war noch einer. Irgendwo ganz mies versteckt. Wo denn? Hä? Ah, oben drüber. Okay, oben drüber. So. Da ist der Heiltrank. Komm, gib mir den Heiltrank. Gib mir den Heiltrank. Alles klar. Sehr schön. Ja, der ist oben drüber. So. Dann gehen wir hoch, bitte. Ah, das ist, glaube ich, sogar schon der Endgegner hier, hä? So. 81, was? Ja, komm, geh hoch. Ne, das ist, hä? 90? Ah, da oben. Aber das ist Endgegner, glaube ich. Ja, ja. Oder ist das noch ein Bogenschütze? Kann ich da hin? Guck mal. Ah, okay. Ah, okay. Ich weiß, was du willst. Du willst eine Stein. Richtig. Es ist sicher. Neben meinem Bein. Du bist ein Kuss. Ich werde ihn bekommen. Ah, genau. Oh, Mann. So, that's where it is. It just means I have to get you to get it. Ja. So, und zack. Direkt mal hier. Ah, scheiße. Zum Glück habe ich einen Panzer. Boah. Zum Glück habe ich einen Panzer hier, ey. So, schmeiß die Bombe. Bam. Und wenn er aufsteht, kriegt er jetzt in die Fresse hier. Ah, scheiße. Zack, 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 zack. Eieieieiei. Eieieiei. Oh, oh. Oh. So, und. Oh. Ey. Ey. Oh. Alter. So, zack, Bombe. Nehm den Heiltrank. Und benutze die Shurikens. Zack. Zack. Mein. Yes. Boah, die machen 20 Schaden. Okay, geil. Mein. Precious. Stoooooon. Ja, halt die Klappe. That's my precious stone now. Ach, da ist er wieder. Heh. I've won the somewhat amusing. We meet again. Onikage. You're next. Heh, I don't pay so. Let's go. Oh, Mann. Scheiße. Das ist noch ein Kampf. Scheiße. Stimmt. Oh, Gott. Den hab ich ganz vergessen. Oh, Mann. Oh. Nicht Susaku, ey. Ja, ich hab's jetzt verraten. Onikage ist tatsächlich Susaku. Aus dem zweiten Teil. Das ist ziemlich interessant, wie ich finde. Ja. Oh, Junge. Da, nimm den Giftreis hier. Scheiße, das bringt bei dem nix. Schade. Oh, ey. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Renn. Lauf. Und hier und... Ah! Schuriken. Trink. Und klau ihm seinen Schuriken, wenn's geht. Ah, ja, sehr schön. Dankeschön fürs Schuriken, mein Freund. Ah, er hat auch nicht getroffen. So. Boah, ey. Der mit seinen Kicks. Der mit seinen Kicks, ey. Und zack, zack. Und zack, zack. Genau. Und zack. Oh. Und zack, 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 zack. Mach ihn platt, ey. So. Zack, 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 zack. Yes! Ja! Ich verstanden, du. Nächste Zeit, du sterben. Und? Ja! Großmeister gehabt! Geschafft! Geil! Yes, man! Oh, Gott. Ja, wie gesagt, wir haben Susaku. Eine Sekunde gerade. Äh, ich muss da gerade noch was einstellen. So. Äh, ja, wir haben uns Susaku wieder vertrieben. Also, ich kann es ja sagen. Onikage ist Susaku. Genau. Ja. Das hatte ich auch schon echt vermutet. Nach dem Ende vom zweiten Teil. Und ja, genau. Geil. Großmeister wieder. Ja, Mann. Sehr schön. Ich habe gar nicht geguckt, was für ein Item wir da durchgekriegt haben. Aber ist egal. Jetzt kommt erst mal eine Cutscene wieder. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Die Schmerzen und exotische Spiegel haben etwas weniger wertvoller geworden. Außerirdische Piraten. Und niemand ist besser als ein Spanier, Kapitän Balmer. Unter dem Schiff des körperlichen Kanonen, Balmer und seine Crew haben in der Stadt verletzt. Du musst diese Barbarien zerstören und Frieden wiederholen. Ja, jetzt kommt das Piraten-Level wieder, wo wir die Piraten killen sollen. Aber das, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Ich bin froh, dass wir wieder Großmeister schaffen konnten. Und genau, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt erstmal zusammen. Und bedanke mich natürlich wie immer für den, der zugeschaut hat. Und empfiehlt mich ruhig weiter, wenn es euch sehr gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Und ja, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.